Im Namen Gottes, des Erbarmers, des Allbarmherzigen Und bei ihm suchen wir Hilfe Erster Brief Im Namen dessen, der gepriesen sei Und es gibt kein Ding, das nicht lobend ihn preist Zure 17, 44 Eine kurze Antwort auf vier Fragen Erste Frage, lebt Hasrit Hittir, mit dem der Friede sei? Und wenn er lebt, warum stimmen dann einige bedeutende Gelehrte darin nicht überein, dass er lebt? Antwort, er lebt zwar, doch gibt es fünf Lebensbereiche Er ist im zweiten Bereich Aus diesem Grund haben einige Gelehrte daran gezweifelt, dass er lebt Erster Lebensbereich, dies ist derjenige unseres Lebens, in dem man abhängig ist von vielerlei Umständen Zweiter Lebensbereich, dies ist derjenige, in dem Hasrit Hittir und Ilyas leben, mit denen der Friede sei, und in dem sie bis zu einem gewissen Grade frei sind, denn sie können an vielen Orten gleichzeitig anwesend sein Sie sind nicht wie wir ständig von menschlichen Lebensumständen abhängig Sie können manchmal essen und trinken wie wir, wenn sie das möchten, doch anders als wir, müssen sie das nicht Erlebnisse der Heiligen in ihren geistigen Entdeckungen und Schauungen mit Hittir, mit dem der Friede sei, und der Grad ihrer allgemeinen Bekanntheit, erleuchten und beweisen diesen Lebensbereich Es gibt sogar eine Stufe Das heißt Makam der Heiligkeit, die als Hittirs Makam bezeichnet wird Ein Heiliger, der diesen Makam erlangt hat, empfängt von Hittir Unterricht und trifft sich deshalb mit Jida Jedoch werden manche, die sich auf dieser Stufe befinden, fälschlicherweise für Hittir gehalten Dritter Lebensbereich, dies ist der Bereich, in dem Hasrit Idris und Isa leben, mit denen der Friede sei Sie sind, frei von menschlichen Lebensbedingungen, in ein engelgleiches Leben eingegangen und haben einen Körper von der Feinheit des Lichtes erlangt Sie befinden sich im Himmel mit einer Art irdischem Körper, in seiner Feinheit vergleichbar dem Körper in unseren Träumen und in seiner Leuchtkraft dem des Astralkörpers In der Endzeit wird Hasrit Isa, mit dem der Friede sei, wiederkommen, nach dem islamischen Gesetz leben, wie dies ein Hadith sagt, dessen Sinn der folgende ist In der Endzeit wird sich die christliche Religion reinigen, sich gegen den Materialismus und Naturalismus, der die Verleugnung Gottes und die atheistischen Strömungen hervorgebracht hat zur Wehr setzen, sich so vom Aberglauben befreien und in den Islam umwandeln Während also diese furchtbaren atheistischen Kräfte durch die christlichen Kräfte mit dem Schwert der göttlichen Offenbarung zerstört werden, wird auch Hasrit Isa Friede sei mit ihm als das Haupt der geistigen Kräfte des Christentums, den Detial töten, der die gottlosen Kräfte verkörpert, das heißt, er wird die gottlose Gesinnung vernichten Vierter Lebensbereich, das Leben der Märtyrer Es ist dies ein Lebensbereich, der nach Aussage des Koran eine Stufe höher liegt als der der übrigen Toten in ihren Gräbern Denn weil die Märtyrer ihr irdisches Leben der Wahrheit geopfert haben, beschenkt Gott der Gerechte sie in seiner vollkommenen Freigebigkeit im Zwischenreich in der Tat mit einem Leben, das dem irdischen gleicht, jedoch ohne Kummer und Sorgen Sie wissen noch nicht, dass sie gestorben sind Sie wissen nur, dass sie in eine bessere Welt gelangt sind Sie erfreuen sich vollkommener Glückseligkeit Sie spüren in ihrem Totenreich nicht den Schmerz der Trennung Zwar bleiben die Seelen Das heißt, ruht der Bewohner der Gräber drüben weiter bestehen, doch sie wissen, dass sie tot sind Sie verkosten nicht die Freuden, die den Freuden und der Glückseligkeit, die den Märtyrern zuteil werden, gleich wären Es ist, als ob zwei Menschen im Traum in ein schönes Schloss gingen, das dem Paradiese gleicht Der eine von ihnen beiden weiß, dass er nur träumt Die Freuden und Vergnügen, die er empfängt, sind recht mangelhaft Er denkt, sobald ich aufwache, ist der ganze Spaß vorbei Der andere aber weiß nicht, dass er träumt So erlebt er eine wahre Freude und eine wirkliche Glückseligkeit So unterscheidet sich denn auch das Leben, das die Toten im Bersa genießen, von dem der Märtyrer im Bersa Aufgrund zahlloser Ereignisse und Überlieferungen steht mit Sicherheit fest, dass das Leben den Märtyrern in dieser Weise erscheint Und sie selbst es lebendig erfahren Ja, durch viele Ereignisse ist dieser Lebensbereich beleuchtet und aufgrund wiederholter Erlebnisse Es ist, als ob sie sich in der Nähe befinden, die bei Hasret-i-Hamza, mit dem Gott zufrieden sein möge, dem Haupt aller Märtyrer, Zuflucht gesucht haben, der sie beschützte und ihre weltlichen Angelegenheiten erledigte, oder den Auftrag dazu gab, sie zu erledigen Ja, ich hatte sogar einmal einen Neffen mit Namen Ubeit als Schüler Nachdem er neben mir gefallen und an meiner Stelle gestorben war, stieg ich zu einer Zeit, in der ich bereits drei Monate, von diesem Platz, entfernt in Gefangenschaft geraten war Ja, im Traum in sein Grab, obwohl ich gar nicht wusste, wo er begraben war, so als träte ich in Wirklichkeit in seine unterirdische Behausung ein Dort erblickte ich ihn im Lebensbereich der Märtyrer Er glaubte, ich sei gestorben Er sagte, dass er viel um mich geweint habe Er glaubte, dass er noch am Leben sei Doch um sich vor der russischen Invasion zu verbergen, hatte er sich unter der Erde ein gutes Zuhause geschaffen So haben mir also dieser ganz persönliche Traum und verschiedene Umstände und Hinweise auf die oben geschilderten Tatsachen eine Überzeugung im Grade einer eigenen Beobachtung vermittelt Fünfter Lebensbereich Es ist das Innere, das heißt Ruheleben der Bewohner des Grabes Der Tod ist in der Tat ein Ortswechsel, die Befreiung der Seele, das heißt Ruhe, eine Entlassung aus dem Dienst Er ist nicht eine Hinrichtung, ein Verlöschen, ein Nichts Zahllose Ereignisse, wie die Erscheinung der Geister, das heißt Ruhe der Heiligen, die sich den geistigen Forschern gezeigt haben Und andere Bewohner des Grabes, die im Wachen oder im Träumen mit uns Verbindung aufgenommen und uns von Ereignissen berichtet, Nachrichten überbracht und uns so viele Beweise erbracht haben, bestätigen uns und werfen ein Licht auf diesen Lebensbereich Tatsächlich beweist das 29. Wort über die Fortdauer des Geistes, das heißt BKI Ruhe mit sicheren Zeugnissen, das heißt das Bestehen dieses Lebensbereiches Zweite Frage, im weisen Koran, das heißt Vorkannwirt, mit den Worten Er, der den Tod und das Leben schuf, um euch zu prüfen, wer von euch am besten handelt Zure 67, 2 Und anderen eiert verständlich gemacht, dass Leben und Tod gleichermaßen erschaffen wurden und gleichermaßen eine Gnade, das heißt Nimitz sind Wohingegen der Tod doch ganz offensichtlich eine Auflösung, die Vernichtung, Verfall, Erlöschen der Lebensfunktionen, das Ende jeglicher Freude ist Wie also könnte er erschaffen und eine Gnade sein? Antwort, wie wir bereits am Ende der ersten Frage gesagt haben, ist der Tod eine Dienstentlassung, das Ende der Arbeit, ein Ortsveränderung, ein Zustandswechsel, eine Einladung zu einem beständigen Leben, ein Anfang, eine Einführung in ein beständiges Leben So wie das Leben durch Erschaffung und Planung in die Welt kommt, so geschieht auch der Weggang aus dieser Welt durch eine Erschaffung und Planung, in weiser und sinnvoller Leitung Denn auf der untersten Ebene des Lebens ist der Tod eines Pflanzenlebens ein Zeichen für ein noch besser ausgeführtes Kunstwerk als das Leben Denn obwohl der Tod von Früchten, Kernen und Körnern äußerlich als Zerfall, Auflösung, Fäulnis erscheint, ist er vielmehr gleich dem Kneten ein überaus wohlgeordneter chemischer Prozess Eine wohlausgewogene Vermischung von Bestandteilen und eine weisheitsvolle Zusammenstellung von Molekülen, die nach der unsichtbaren Weisheit des Todes im neu aufkeimenden Leben wieder erscheint Das heißt also, dass der Tod eines Saatkorns der Beginn des Lebens ist für die neue, grünende Saat, ja sogar dem Leben selber gleichkommt, weil der Tod ebenso wie das Leben erschaffen worden und wohlgeordnet ist Was aber den Tod als eine Gnadengabe betrifft, so wollen wir hier auf vier Aspekte unter all den vielen Aspekten hinweisen Erstens, er ist eine große Gnade, als eine Befreiung von den schweren Pflichten des Lebens, entbindet von der drückenden Verantwortung im Leben und ist ein Eingangstor zum Bersa, um 99 seiner 100 Freunde wiederzutreffen Zweitens, er ist ein Weg heraus aus diesem engen, bedrückenden, unruhevollen irdischen Kerker mit all seinen Erschütterungen, um zur vollen Entfaltung eines Lebens, das beständig voll Freude ohne Leiden ist, zu gelangen und in eine Sphäre des Erbarmens des ewigen Geliebten, Mabupubaki, einzugehen Drittens, neben dem Alter gibt es noch viele Faktoren, welche die Lebensbedingungen erschweren und den Tod weit mehr als das Leben als eine Gnade erscheinen lassen Ein Beispiel, wenn deine Eltern, dein Großvater und dessen Vorväter schon hochbetagt sind und dir viel Kummer und Mühe bereiten hier und heute vor deinen Augen in ihrem erbärmlichen Zustand lebten, du würdest verstehen, welch großen Schaden das Leben, welch große Gnaden der Tod geben kann Ein anderes Beispiel, verständlich ist auch, wie schwierig das Leben der schönen, gefügelten Insekten, den Lieblingen der schönen Blumen, unter winterlichen Bedingungen wäre und welch eine Gnade doch ihr Tod ist Viertens, so wie auch der Schlaf eine Erholung, eine Barmherzigkeit, eine Ruhepause besonders für alle Opfer von Unfällen und Krankheiten ist, so ist auch des Schlafes großer Bruder, der Tod für alle Opfer von Unglücken und solche, die vom Schicksal verfolgt, den Tod herbeisehnen, in gleicher Weise ein Gnadengeschenk Wenn demgegenüber für die Leute des Irrweges, wie wir bereits in verschiedenen Worten unwiderlegbar bewiesen haben, der Tod Qual über Qual und Strafe über Strafe ist, so steht das jetzt hier nicht zur Debatte Dritte Frage, wo ist die Hölle?